Hm? Aaaaah! Ich nah mich! Aaaaah! Er muss mich abschießen! Komm schon, Junge! Komm schon! Der schießt ja wieder mit... Okay, nee, das gibt's auch nicht. Schieß auf deren Base. Wieder aus dem Turm da oben. Ja. Weil ich hol das Weiber. Wir müssen ihn einmal umbringen, um seinen Namen zu kriegen. Ja. Hä, der hat ja den Zaun weh... den Fenster weh gemacht. Hm? Ich dachte, das war so. Keine Ahnung. Abgefuckter Typ. Jetzt schießt er rund. Ich hab bestimmt irgendwas gehört. Ja. Der macht die... Wir nehmen zu uns weg und uns. Echt? Ja. Scheiß Wichser, ey. Hörst du's nicht? Hm. Ja, doch. Hör mal runter. Alter. Was'n Hurensohn. Der schießt auf mich. Hey, geh mal runter, lass mich killen. Hier, geh mal meine... Neh mal meine Dings, meine... Ich tu die Sniper schnell oben rein. Alter, was für ein Wichser, Alter, ey. Der hat ne Sniper dabei. Warte, der macht die ganzen Claimstones weg, ey. Nein, scheiß auf mein Inventar, das ist Bullshit. Ja, alles neu machen. Komm mit runter. So ein Scheiß. Jetzt hab ich echt null Bock zu spielen, ey. Ja. Alle Claims sonst weg, ey. Bist du unten? Ne, noch nicht. Mach die Türen zu. Das meine ich. Das sind Hacker hoch drei, ey. Das macht er echt null Bock. Der hat die ganze Reihe mitgenommen. Bist du hier unten? Ja, ich bin... Ich lauf auch mal runter. Bomm hier. Ja, ist oben. Der läuft über den Dreck, hörst du? Wie schnell. Ja, ja, ja. Schießt alles weg. Ich bin nach oben angekommen. Wichser, ey. Lass mich mal killen. Ja, ja, tu das mal. Die Tür ist auch wieder auf. Ich hab mich aufgelassen. Ich kann hier rein, wenn er will. Er hat einen Sniper. Wie ist das da drin? Der ist unten, unter der Erde. Schießt alles weg, ey. Na ja, der ist nur der Erde. Der ist da unten. Der ist unten, ey. Der wird jetzt von dem Turm oben einstürzen. Der tötet auch nicht speziell, ne? Er weiß, dass sein Arme kommt. Ja. Der schießt direkt unter der Erde durch, ey. Ja. Lappen, Alter. Pass mal auf, ich krieg den. Mit meinem Trick. Welchen? Ach so, willst du? Eingraben. Direkt aus der Erde raus. Ja, ja. Da kann ich nichts machen. Krieg den mit meinem Trick. Weg. Ach, verstehe. Ja, ja. Dann kannst du durchschießen durch den... Ja. Mhm. Seht dich, ja. Ach so, ich bin direkt über dir. Ähm. Jetzt ist er weg. Jetzt schießt er wieder. Jetzt. Von wo kommt das? Was? Er fliegt in der Luft. Ich seh ihn. Der Wichser, ey. Hab ihn zweimal getroffen. Der stirbt doch nicht, oder? Fliegt immer noch. Dreimal getroffen. Er gibt ja nicht mal einen Ton von sich, dass ich ihn treffe. Aber das Blut fliegt. Jetzt läuft er mit dem Raketenwerfer herum. Ach so. Wichser, ey. Es ist unglaublich. Viermal getroffen. Das bringt nichts. Leih, Karpal. Oder wieder. Ich f... Ich kill ihn. Ich hab ihn schon... mehrmals getroffen. Genau, es trifft mich durch, Wichser. Er soll mich abschießen, ey. Er ist unsterblich. Ich hör ihn schreien. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt fliegt er! Ich beschießt ihn auch, ne? Ja. Ist der tot? Ne. Ich versuche mal, einfach in den Turm zu gehen, mit der Hoffnung, dass er mich killt. Schießt er auf dich? Ne, ne, ich will ihn irgendwie anlocken oder so. Dann fliegt er wieder. Kann man mit nem Sniper so nah ranzoomt, dass man seinen Namen sieht? Ne. Was, die Sniper? Schießt er auf dich? Nö, er schießt nicht auf mich, ich schieß auf ihn. Jetzt hat sein Charakter diese Todesanimation gemacht, aber er läuft halt jetzt wieder weiter. Na, er weiß schon, was er tut. Er will halt keinen von uns umbringen. Er schießt da nicht! Scheiße! Wo sind die? Er fliegt noch in der Luft, im Norden! Ach, Schöpfer, ey! Die hinter! Scheiße! Lachen! Gut? Ja, du kannst nicht mehr Resorten joinen. Kann ich mehr joinen? Es geht nicht mehr. Ach jetzt. Ne, er ist noch richtig. Ähm... Dann schießt er mit ner SMG. Ich hoffe mal, er killt mich, ey. Splint, wie ist es? Es ist blind. Putin. Pssst. Pssst. Alter! Jetzt fliegt das Gebäude auseinander. Jo. Versuch mal den, den Sniper wenigstens zu retten. Verhalte die mal im Inventar. Ruckelt richtig. Fuckin, ey. Ich fall immer... Nein, der schießt den Turm kaputt. Ja, aber ich bin grad wieder ohne. Der hat meine, meine Waffe rausgenommen. Nein. Echt? Ja. Dass das auch noch geht, ey. Lass dich nicht killen! Wenn die Sniper weg ist. Ich bin tot. Ach. Ich hab dich gekillt? Ich bin neben dir gestorben. Ach so. Ich komm die Leute raus. Scheiß drauf. Die war auf der rechten Ecke. Ja, ich hab sie. Ja, ich will ihn noch ein bisschen, äh, aufnehmen. Ach schlau, der Erde. Ich will nur seinen Namen sehen. Einmal kurz irgendein Frame, dann werde ich mir das im Videoprogramm angucken, ey. Ach. Du schießt wieder unter der Erde wahrscheinlich. Ne, in der Luft, in der Luft. Alter, ich bin schon wieder verreckt, ey. Fuck. Ich lauf hin, ich bin da. Der Turm ist weg. Scheiß Fickskopf, ey. Es gibt's doch nicht, ey. Da kann er einen Restart machen, ey. Ja. Oder einen... Der kann doch... Der Server-Admin kann doch irgendwie bestimmt so sehen, so, wer gelockt, reingelockt ist, wer sich Items geholt hat, oder? Ne. Scheiße, ey. Warte. Ich würde ja sagen, ich hab ihn Richtung Sonne gesehen. Ne, jetzt schießt er von ganz woanders. Ja, jetzt macht er wieder die Claims zu uns weg. Pff. Ja. Ach, guck mal, ey. Ne. Die ganze Zeit, ey. Guck dir das an. Das ist so zu lächerlich, ey. Alles zum Arsch, ey. Wenn sie das nicht bald hinkriegen. Ja. Ich mach mal ein Screenshot von der Serverliste. Der lässt sich immer so viel mit drauf. Lai und wieder halt. Lai und wieder halt. Lai und wieder halt. Der ist sehr verdächtig. Alle anderen, die haben ja Kills und Tode. Ja. Deren Kill hat, hat null Tode. Jettort Tata vielleicht. Oder halt der letzte. Das muss ich auch nur sagen, ne. Er schießt. Im Haus von Mario und Co. Ich guck mal, ey. Ich will nur seinen Arm haben. Er muss mich abschieben. Komm schon. Komm schon. Ja, jetzt zerstört jetzt Mario's aus. Komplett. Ich falle hier alles weg. Auf dem Kader Omnum. Mh. Mh. Äh. Muss das machen. Das wie heißt, äh, wie heißt es ähm. Bitte? Backup. Ja. Ja. Backup von Tag 126 oder so. Mario. Das Haus stößt komplett ein von Mario. So. Alles weg. Macht jetzt an unserem Haus weiter. Ach komm. Okay, aus. Ich bin ja schon raus. Hm. Ne, ich warte auf den Moment, bis ich seinen Arm finde. Du kannst ja schon aufgehen. Ja, das muss der sein. Äh. 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 Meine Fernsehecke ist auf dem. Er hat auch oben unseren Keller jetzt komplett. Der ist grad dabei. Naja. Aber da rollen wir ja. Der Dubs macht. Neue. quarter-schring uns pas was. Leica baller Leica. Ich hatte seinen Namen ganz kurz vor meinen Augen. Dieses Gleisch dann nachher bei der Videobedienung. Ja, das sah sehr danach aus. Schreib mal, schreib mal den Namen rein, in den Chat. Das hab ich schon, das hab ich schon. Könnte auch die Lotto-Tatter sein. Er war unten halt, bei den Bäumen, die wir gepflanzt haben. Ich war gleich runter gespürt zu ihm. Ja, ja, er ist durch den Mond geschwungen, ich hatte ihn wieder. Das ist Laika bala Laika. Bleib, ich werde ihn trotzdem einschreiben. Der Hacker ist Laika bala Laika. Guck mal, ob du die Steam-ID rausfindest. Ah, das hat ja ne Server-Log drin. Schreibst du rein in den Chat? Ja, ich schreibe gerade. Und der schreibt, I don't care, ja. Bei Pinterest ist eh sinnlos, was er macht. Es wird eh Server-Backup gemacht und er wird gebunnt, ganz einfach. Dinanda versucht mitzudessen, er schreibt, Und du bist Braindie. Wahrscheinlich bist du Braindead. So. Hihihi. Na ja, hab ihn auf dem Tape. Hoffentlich kriegen sie uns... Kriegen wir unsere Base wieder, ey. Ich hab sonst keine Bock mehr da jetzt. Ja. Hehehe. Schreibt hin, oh. Das ist eh so'n Lappen, ey. Lass das mal. Ich werde es denn gar nicht mehr schreiben, das... Einfach ignorieren. Ja, ja. Das Beste, was man kann bei so Wichsern, ey. Ich hoffe, das Spiel ist bald so weit, dass so Wichser weg sind, ey. Mhm. In dem Spiel ist es so hart, das habe ich noch nie erlebt, ey. Mit so den Hackern. Auf dem Server ging es bis jetzt immer, ne? Ja, ja. Ab und zu war mal einer da, den haben sie aber gleich gekickt. Ja. Aber der hier ist echt... Der Romlund hätte da sein müssen jetzt. Mhm. Der hätte hinfliegen müssen, zu uns, oder... Besser, hätte ja sein Debug-Menü anmachen können. Ja. Das sind so Affen, ey. Also das war bis jetzt immer der beste Server. Ohne Scheiß. Passiert noch was? Ach, nö, der ballert noch. Und der Flinte ist die ganze Base. Boom, boom, boom. Warte mal, warum er sich so ne Mühe gibt. Ist er eh... Server... Server Backupen fertig. Dann wird er eh auch. Ach, da ist er direkt vor meinen Augen. Was? Was? Los! Er steht direkt vor mir, ey. Ich hab ihn ins Gesicht geschossen. Ich hab ihn ins Gesicht geschossen. Laika aber Laika. Jetzt hat er mich umgebracht. Ich wünsche ihn noch viel Spaß. Lass ihn sich austoben. Ja, mein Bett ist auch im Eimer. Ich spawne mitten im Wintergebiet. Nachschlägen, komm, raus. Morgen mit Romland mal labern. Wir gehen mal in den hier in Thievespeak und labern mal mit denen. Oh, neben mir ist noch ein Spieler gespawnt. Miata. Diesen Trottel. Was hat er denn gemacht? Ah, der hat mich zusammengeschlagen. Lächerlich, oder? Ach komm, mach dich raus. Ärger dich nicht. Wir gehen mal. Wir gehen mal.